Ich seh gar nichts. Was ist abgefuckt, ist das? Okay. Ach, da oben stand einer. Könnte das sein. Er kann doch nicht da im Auto sein. Befeg dich doch nicht, du. Wo ist er? Verarschen? Das ist garantiert nur noch der eine. Hallo. Ja, gesichert. Bruder, wo lang? Links, mir nach. Ich beeile mich. Da ist er doch. Kommt jemand? Geben Sie auf, Bob. Klar, den kennen wir nicht direkt. Geben Sie auf, Bob. Geben Sie auf, Bob. Geben Sie auf, Bob. Er will abhauen. Snell. Okay. Jagen für den Typen. Der ist so fett, der kann nicht weit kommen. Da ist er. Ah, ich hab die beiden verpasst. Shit, 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 shit. Keine Chance. Daraus zu rennen ist Selbstmord. Okay, sieht gut aus. Oh, diese Granate. Die hätte ich nicht gebrauchen können. Bleib am Boden, Alter. Bumschick. Zu mir, Dinko. Ich hab dich. Alles klar, brauchte nur Munition. Ah, shit, kann ich nicht hier hoch? What the? Von wo? Zurück, zurück, zurück. Keine Ahnung, wo wurde er geschossen hat. Boah. Boah, die sind extrem gut versteckt. Gibt's einfach nicht. Ich seh da keinen. Wow. Killt wahrscheinlich seine eigenen Männer. Natürlich, du Schwein. Okay, noch mehr. Boah. Oh, ja. Tango, 10 Uhr. Tanzen muss man da hin. Fuck, von wo? Ist ja nur weiß. Da ist er. Wenn wir uns nicht auffalten, hätten wir das Kickerchen schon. Shit. Jetzt über die andere Seite vor. Boah. Wie weit hat der denn jetzt geworfen? Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Boah, das kann nicht wahr sein. Da wechsle ich extra zur Pistole, damit ich nicht nachladen muss. Oh, die war leer. Oh mein Gott, so viel Pech. Shit happens. Dann bewegen die sich auch noch so schnell im Nahkampf. Oh, das ist einer von mir. Oh, das war keiner von mir. Das war keiner von mir. Wow. Wo? Boah, bevor ich draufgehe. Oho, da ist ja auch noch einer. Und das ist eine Granate. Vorwärts. Mach den doch fertig. Schick den doch vorhin. Legt mich, der hat mich fast gekillt. Boah, so knapp. Auf mich zu schieben, ich geh ja schon. Äh. Da, hä? Ich wollte nur Munition haben. Gibt mir eine alte Waffe wieder. Gehen wir, Jungs. Jetzt haben wir ihn. Alles klar. Besser die Pistole jetzt mal nachladen. So ein Mist aber auch. Okay. Okay. Dann noch mehr Idioten rennen sehen. Ich hab ihn. Boczek, weg. Boczek, weg. Mission erfüllt. Das ist hier, Voodoo. Was gibt's, Voodoo? Was hat der Bochik zu sagen? Er hat bestätigt, was ihr schon wusstet. Dubai als Logistikzentrale. Zwei Schiffe. Eines liegt in Kroatien. Darum kümmert sich die NATO. Das andere, die M von Mistress, hat Dubai gestern verlassen. Kurs Karachi. Alles klar. Eine Sache verstehe ich nicht. Warum laufen alle Schiffe Dubai an? Ich meine, Hassan ist kein Soldat oder Waffenexperte. Er muss die Fracht nicht checken. Hat wohl was mit Lagerlogistik zu tun. AQ-101. Der Kleriker betreibt und beliefert Zellen in aller Welt. Aber keiner konnte uns zur Quelle führen. Diese schleimigen Wichser. Kein Problem. Jetzt, wo wir das Netzwerk kennen, haben wir sie an den Eiern. Ja, und Bochik sagt, der Kleriker hat die Security verschärft. Zataldin übernimmt die Kontrolle. Perfekt. Packt eure Sachen. Du und Mako, ihr habt ein Date. Wir müssen auf dieses Schiff, bevor es pakistanische Gewässer erreicht. So sieht's aus. Und zwar schnell. Ich wusste, die beiden leben noch. Wir müssen aufhören, uns da zu treffen. Das ist für mich. Ja? Okay, ich geh dann mal für kleine Mädchen. Wie viele? Hey. Ich hab mir gerade überlegt, ich weiß nicht, wann wir vier das letzte Mal... Ich war mit dem Mann 22 Jahre verheiratet. Und im Gegensatz zu einigen anderen Frauen habe ich gelernt, dass für sie Zufriedenheit wichtiger ist als Sicherheit. Ich hab mich gespannt. Ich hab keine Angst. Es war nicht. Ich hab mir das. Ich hab mich noch nicht. Ich hab mich lieb, ich habe mich nicht. Ich verfasen. Ich hab mich mit dem Anhörer verheiratet. Du hast ziemlich hartnäckige Freunde. Warum sagst du mir nicht? Wer sie sind? Familie? Freunde? C.I.A.? Ich will nicht sagen. Wenn Sie nicht sprechen, Sie werden nicht leben. Wer ist am anderen Ende dieses Telefons? Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Oh yeah! Oh ja! Du weißt du nicht, was du zum Krieg gesagt? Was soll ich machen? Ich weiß nicht. Was sollte ich sagen? Wow, er hat ihn einfach eiskalt erschossen. Dafür wird er Schwein bezahlen. Darum bestätigt ich, dass die Missschutz in Dubai P.E.T.M. geladen hat. Unser Ziel ist es, alle Feinde auszuschalten und das Schiff wird sich an der Fall und Karachi erreicht. Wurde und das Ding ist nicht unterdampft. Stimmt, es treibt nur. Los, los, los! Bringen wir die Scheiße zur Hände! So sieht's aus. Los geht's!